Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die Hose ist an Preisleistung nicht zu übertreffen, sie sitzt wie angegossen und sieht dabei noch richtig gut aus. Ist keine langweilige 0815 Hose, sondern ein richtiger Blickfang lässt sich gut reinigen und verliert nicht an Pass vom BAM. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.